Im Nachgang zu den Posaunengerichten müssen wir uns nach das Buch Joel anschauen und die dort beschriebenen Ereignisse einordnen. Ausgehend von einer Heuschreckenplage wechselt Joel im Verlauf des Buches mehr und mehr zu einer Beschreibung eines Überfalls durch ein großes Heer, das Israel verwüstet und auch Judah und Jerusalem bedroht und angreift. Zwei Themenkreise sollen uns hierbei ganz besonders interessieren. Die Teilung Israels, die wir auch hier wieder finden und das Verfinstern von Sonne, Mond und Sternen. Joel beschreibt, wie oben ausgeführt, Israel als zweigeteilt. Er unterscheidet zwischen allen Einwohnern im Lande, dem ganzen Land Israel einerseits und den Kindern Judas und den Kindern Zions andererseits. Außerdem beschreibt Joel dreimal die Verfinsterung der Himmelskörper, denn Sonne und Mond werden finster und die Sterne verhalten ihren Schein. In Joel findet man außerdem viele Völker, Tyrus und Sidon, Ägypten, die Griechen, die Philister, Reich Arabien, also Südarabien und Edom. Diese Völker werden als der von Norden subsummiert, die Könige vom Osten, die Könige vom Euphrat und deren gesamtes Heer. Aus historischer Sicht, als Naherfüllung, kann Joel damit nur Assyrien gemeint haben. Aber Assyrien wird in der Bibel stets als der vom Osten oder als der vom Euphrat beschrieben. Die alleinige historische Betrachtung greift also zu kurz. Es muss noch eine weitere Erfüllung geben und die ist in der Endzeit. Denn in der Endzeit werden sich die Könige vom Osten in Hamageddon lagern. Dann werden sie zudem vom Norden, der von Hamageddon aus, mit dem Antichristen, der in Joel nicht explizit erwähnt wird, Jerusalem angreifen und erobern wird. Diese Truppen, also zunächst die Heuschrecken und im Verlauf des Buches die militärischen Heere Assyriens in der Endzeit, sind zur besseren Übersichtlichkeit farbig hinterlegt. Kapitel 26.1 Zuordnung und Einordnung Joel ist zeitlich nur sehr schwer zu datieren, weil keine Regierungszeit eines israelischen Königs oder eines Königs einer anderen Nation erwähnt wird. Viele Ausleger datieren das Buch auf die Zeit des Königs Joas im 8. oder 9. Jahrhundert vor Christus, aber das ist nicht gesichert. Joel 1 beschreibt zunächst eine Heuschreckenplage. Ausgehend von diesem Bild wechselt Kapitel 2 zu einem historisch-militärischen Ereignis, in dem ein großes und mächtiges Volk ins Land einfällt. Hier wird der Begriff der Heuschrecke nicht mehr verwendet. Dieses Kapitel 2 ist eine Vorhersage auf den baldigen Angriff Assyriens auf Israel, also auf ein historisches Nahereignis zur Zeit Joels. Es mag sein, dass Joel schon im 8. oder 9. Jahrhundert vor Christus geschrieben wurde. Dann würde er die Invasion der Assyrer in Israel über 100 Jahre vor ihrem Eintreffen voraussagen, was für die biblische Prophetie nichts Ungewöhnliches ist. Das wäre dann die Naherfüllung in Joel 2. Joel 2 Vers 10 sagt, dass zur Zeit dieses Heeres, nämlich des Assyrischen im 8. Jahrhundert vor Christus, Sonne und Mond finster werden und die Sterne ihren Schein verhalten. Die Sonne steht für Gott, der Mond für Jerusalem und Judah und die Sterne stehen für Ephraim, das Nordreich Israels. Vergleiche hier zu 1. Mose 37. Und er, Josef, hatte noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach, siehe, ich habe noch einen Traum gehabt. Mich deuchte die Sonne und der Mond und elf Sterne neigten sich vor mir. Und da das seinem Vater und seinen Brüdern gesagt ward, strafte ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, der dir geträumt hat? Soll ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder beneideten ihn. Aber sein Vater behielt diese Worte. Jakob hat den Traum Josefs sehr gut verstanden, denn die Sonne ist ein Bild auf den Vater, Gott, der Mond auf die Mutter, Jerusalem und die Sterne auf die Brüder, Israel. Die Verfinsterung der Himmelskörper symbolisiert das Gericht Gottes und die finstere, okkulte und gefährliche Zeit in Israel, denn Gott, die Sonne, wendet sich von seinem Volk ab und versagt ihnen sein Licht. Nordisrael, die Sterne und Judah mit Jerusalem, der Mond, erleiden die Finsternis der Belagerung und Eroberung durch die Assyrer in der Antike, beziehungsweise durch die Heere des endzeitlichen Assyriens in der letzten Zeit. Aber der Text enthält Passagen, die über die historischen Tatsachen hinausweisen. Denn Joel 2, Vers 20 sagt, dass Gott sein Volk nach dessen Hilferuf in Joel 2, Vers 12 bis 19 helfen wird und den von Mitternacht ferne von ihnen treiben will. Das ist aber bei Assyrien im 8. Jahrhundert vor Christus nicht geschehen. Außerdem ist Assyrien nicht der von Mitternacht, sondern der vom Aufgang der Sonne, Offenbarung 16, Vers 12, oder der vom Euphrat, Offenbarung 9, Vers 14 und 16, Vers 12, also der vom Osten. Wie schon gesagt, wird Assyrien erst dann der vom Norden werden, wenn es sich in der Endzeit mit allen seinen Verbündeten in Hamageddon lagert und dort auf den aus Afrika heranstürmenden Antichristen wartet. Dann beschreibt Joel 2, Vers 2 dieses Heer als so groß, wie es vormals nicht gewesen ist und hinfort nicht sein wird zu ewigen Zeiten, für und für. Aber es gab in der Antike und in der Neuzeit größere Heere als das damalige Heer der Assyrer im 8. Jahrhundert vor Christus. Es muss also noch ein anderes Heer gemeint sein. Schließlich sagt Joel 2, Vers 20, dass Gott das große Heer in ein dürres, wüstes Land verstoßen will, wo es verfaulen und stinken soll. Auch das geschah dem historischen Assyrien nicht. Aber wann wird das alles geschehen? Diese Verse schauen voraus in eine zukünftige Zeit, nämlich in die Endzeit, wenn der Antichrist am Ende der 70. Jahrwoche Nordafrika, Libyen und Ägypten erobert hat und nach Hamageddon zieht, wo sich das endzeitliche Assyrien festgesetzt hat. Offenbarung 16, Vers 16 sagt, dass alle diese Könige in Hamageddon versammelt werden, aber nicht, dass dort auch eine Schlacht stattfindet. Beide, der Antichrist und die endzeitlichen Assyrer, werden die Entrückung der beiden Zeugen in Jerusalem und die aller Christen weltweit sehen. Das Ereignis der weltweiten Entrückung ist derart groß und erschütternd, dass sie verwirrt voneinander ablassen und sich gemeinsam gegen Jerusalem wenden, um dort gegen den auf dem Pferd, Offenbarung 19, Vers 19, das ist Christus zu kämpfen. Das ist das größte Heer, das die Welt jemals gesehen hat. Und auf dieses endzeitliche Heer deuten die Verse in Joel 1 und 2 voraus. Das ist auch der Grund, warum Joel seine Prophetie über den vom Norden aus der historischen Eroberung der Assyrer im 8. Jahrhundert vor Christus entwickelt. Denn in der Endzeit wird Assyrien wieder da sein. Es ist kein Irrtum des Propheten oder des Wortes Gottes, sondern diese beiden, der Syrer und der Assyrer, werden gemeinsam am Ende der 70. Jahrwoche Jerusalem angreifen, erobern und teilweise deportieren. Das ist der schreckliche Tag des Herrn, den Joel ankündigt. Kapitel 26.2 Die Erzählform Joel berichtet seine Prophetie in konzentrischen Kreisen, wie wir das bei den Siegel, den Posaunen und den Schalengerichten bereits gesehen haben. Ausgehend von einer Heuschreckenplage wechselt er auf die Invasion Israels und Jerusalems, zunächst durch die antiken Assyrer im 8. Jahrhundert. Das ist der erste Kreis und die Basis des ganzen Buchs. Dann detailliert er die prophetische Schau weiter und berichtet von dem kommenden Pfingstereignis in Jerusalem. Diese Stelle zitiert Petrus in Apostelschichte 2, um das Pfingstereignis den damals Anwesenden zu erklären. Aber Joels Prophetie reicht über das Pfingstereignis hinaus bis in die Endzeit, bis zur erneuten Geistesausgießung in Jerusalem und bis zum schlussendlichen Märtyrertod der beiden Zeugen in der Mitte der 70. Jahrwoche. Der Mond, Jerusalem, wird zu Blut. Dazu gleich mehr. Eines ist aber jetzt schon klar. Es handelt sich hier nicht um eine Voraussage auf die sich stets wiederholende und verbreitete Deutung, dass Joel die sogenannten Blutmonde gemeint habe, die von Zeit zu Zeit am Himmel beobachtet werden. Die heißen mehr oder weniger zufällig so, vielleicht auch absichtlich, aber sie haben nichts mit der Prophetie Joels zu tun. Wenn doch, müssten auch die Sonne und die Sterne verfinstert werden. Das werden sie aber nicht. Nachdem Joel in Kapitel 1 und 2 die Invasion der Assyrer im 8. Jahrhundert vor Christus beschrieben hat, schließt sich die berühmte Vision des Pfingstereignisses an. Diese Passage zitiert Petrus in Apostelschichte 2, Vers 15 folgende. Denn diese sind nicht trunken, wie erwähnet, zumal es ist die dritte Stunde am Tage, sondern das ist, was durch den Propheten Joel zuvor gesagt ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, ich will ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen Weiss sagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Und eure Ältesten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in denselben Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie sollen Weiss sagen. Und ich will Wunder tun, oben im Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut und Feuer und Rauchdampf. Ehe die Sonne soll sich verkehren in Finsternis und der Mond in Blut. Ehe denn der große und offenbare Tag des Herrn kommt. Und soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll selig werden. Im übertragenen Sinn sagt Petrus folgendes. Bevor der letzte große Angriff auf Jerusalem, zeitlich nach Hamageddon, erfolgt, werden die beiden Zeugen in Jerusalem sterben. Wörtlich formuliert er das so. Bevor der große und schreckliche Tag des Herrn, also der Angriff des Antichristen und der Assyrer auf Jerusalem kommt, wird die Sonne verfinstert, wie bei Christi Kreuzigung, und der Mond wird zu Blut. Die beiden Zeugen sterben den Märtyrer-Tod in Jerusalem. Zeitlich können wir das wie folgt einordnen. Bevor der große und schreckliche Tag des Herrn, also der Angriff des Antichristen und der Assyrer auf Jerusalem am Ende der 70. Jahrwoche kommt, wird die Sonne verfinstert, wie bei Christi Kreuzigung, und der Mond wird zu Blut. Die beiden Zeugen sterben den Märtyrer-Tod in Jerusalem in der Mitte der 70. Jahrwoche. Petrus zitiert zu Pfingsten in Jerusalem seltsamerweise die komplette Passage, obwohl alle diese Phänomene, wie Blut und Feuer und Rauchdampf und die Verfinsterung der Himmelskörper damals nicht geschahen. Warum? Weil Petrus das Pfingstereignis in Jerusalem mit der Wiedergeburt Jerusalems in der Endzeit und dem dann dort stattfindenden Mord an dem wiedergeborenen Haus David und den Bürgern zu Jerusalem verbindet. Warum tut er das? Weil beide Ereignisse heilsgeschichtlich aufs engste miteinander verbunden und verwoben sind. Denn Gottes Geist wurde bzw. wird zweimal in Jerusalem ausgegossen werden. Zum ersten Mal zu Pfingsten vor 2000 Jahren und zum zweiten Mal am Ende der Gemeindezeit, wenn dort die beiden Zeugen wiedergeboren werden. Denn auf dem Berg Zion wird eine Errettung sein, wie der Herr verheißen hat. Diese beiden Zeugen werden aber in Jerusalem in der Mitte der 70. Jahrwoche vom Antichristen getötet werden. Dann wird der Mond zu Blut und die Sonne verhüllt ihren Schein, so wie sie ihren Schein verlor, als Christus auf Golgatha starb. Wenn die beiden Zeugen in Jerusalem den Märtyrer-Tod sterben, wird die Sonne ebenfalls ihren Schein verlieren und der Mond, Jerusalem wird zu Blut. Warum zitiert Petrus also die ganze Stelle in Joel, obwohl die Sonne damals nicht verdunkelt und der Mond nicht zu Blut wurde und auf Erden kein Feuer und Rauchdampf eines Krieges waren? Weil das Pfingstereignis und die Wiedergeburt Jerusalems in der Endzeit aufs allerengste zusammenhängen. Wenn man nämlich die Zeit der Heidengemeinde während der letzten 2000 Jahre ausblendet und Gottes Heilsgeschichte auf Israel reduziert, fügen sich diese beiden Ereignisse übergangslos aneinander, so als ob zwischen ihnen keine zeitliche Spanne von 2000 Jahren gewesen wäre. Warum aber werden bei diesem Ereignis nur die Sonne verdunkelt und der Mond zu Blut, aber die Sterne werden nicht verfinstert. Weil dieser Teil der Prophetie Joels sich auf Gottes Handeln an Jerusalem konzentriert. Israel, die Sterne, ist in dieser Prophetie ausgespart. Denn Ephraim steht zur Zeit des Mordes an den beiden Zeugen bereits seit dreieinhalb Jahren im Bund mit dem Antichristen und ist hier nicht Gegenstand der Handlung. Ephraims Licht ist dann schon seit Jahren erloschen und erkaltet. Bis auf Offenbarung 6 Vers 12, das sechste Siegel, sind Joel 2 Vers 31 und Apostelgeschichte 2 Vers 20 die einzigen beiden Stellen in der Bibel, die aussagen, dass der Mond zu Blut wird. Der Mond wird dann zu Blut, wenn die beiden Zeugen in Jerusalem getötet werden. Davon weiß, sagt Joel 2. Die beiden Zeugen sind das Haus David und die Bürger zu Jerusalem, die in der Endzeit in Jerusalem durch Gottes Geist wiedergeboren werden. Ganz ähnlich wie zu Pfingsten vor 2000 Jahren, kommen Menschen in Jerusalem durch Gottes Geistsausgießung zur Wiedergeburt. Zu Pfingsten hielt Petrus seine Predigt, die, ausgehend von Joel 2, das damalige Phänomen beschreibt, aber gleichzeitig auf ein zweites, endzeitliches Pfingstereignis hinweist, bei dem erneut Menschen in Jerusalem wiedergeboren werden, dort aber auch den Märtyrer-Tod erleiden. Die Botschaft der Pfingstpredigt war die, wenn in Jerusalem erneut Gottes Geist ausgegossen wird, werden die, auf die der Geist ausgegossen wird, ermordet werden. Der Mond wird zu Blut werden. Beide Geistesausgießungen in Jerusalem, also die am Anfang der Gemeindezeit und die an deren Ende, stehen also aufs engste miteinander in Verbindung. Allein so wird verständlich, warum Petrus in Apostelschichte 2 diese Verse aus Joel komplett zitiert. Er war zum Pfingstereignis sicher vollständig vom Geist Gottes erfüllt und redete prophetisch. In dieser Geistesfülle zeichnet er die beiden Ereignisse der Wiedergeburt Jerusalems in einer Schau. Heilsgeschichtlich liegt zwischen diesen beiden Ereignissen die Gemeinde aus den Nationen, die Zeit zwischen Pfingsten und der 70. Jahrwoche. Blendet man aber die Zeit der Nationengemeinde aus, dann fallen beide Zeitpunkte der Geistesausgießung auf Jerusalem in einen einzigen Zeitpunkt zusammen. Weil aber Gott Israel eifersüchtig machen wollte, ist er an die Zäune und Hecken gegangen und hat aus allen Völkern Menschen das Heil in Christus, die ewige Rettung und sogar die Wiedergeburt angeboten. Das war dem Apostel Paulus in Besonderheit offenbart. Er hatte gesehen, dass die Christen aus den Nationen auch zum Leib Christi hinzugehören. Erkennen wir heute, dass auch die Königsstadt Jerusalem noch zum Leib Christi hinzugehören und deren Abschluss bilden wird? Das alles ist nicht leicht zu verstehen, aber es ist Gottes Geschichte mit seinem Volk und der heiligen Stadt. Deshalb zitiert Petrus den ganzen Text aus Joel. Denn die zweite Wiedergeburt Jerusalems beginnt mit einer Belagerung und endet mit Krieg und Tod, nämlich Blut, Feuer und Rauchdampf auf Erden. Dann nämlich, wenn die beiden Zeugen ermordet werden. Der Mond wird zu Blut. Es geht hier also nicht um die sogenannten Blutmonde, die eine besondere Art von Mondfinsternis darstellen, die lediglich durch eine außergewöhnliche Konstellation von Himmelskörpern verursacht werden. Die Verse in Joel und ihre Bedeutung dürfen nicht aus ihrem Zusammenhang gerissen und willkürlich auf astronomische Ereignisse gedeutet werden, sondern sie müssen in ihrem innerbiblischen Zusammenhang verbleiben, um verstanden und sauber gedeutet und ausgelegt werden zu können. Warum Petrus in der Apostelgeschichte 2 Vers 17 formuliert, und es soll geschehen in den letzten Tagen und nicht und nach diesem, wie Joel in Kapitel 2 Vers 28 schreibt, wird jetzt vielleicht auch besser verständlich. Unbestritten weisagt Petrus in Apostelgeschichte 2 voll des Heiligen Geistes. Petrus deutet Joel als Naherfüllung auf das damals gegenwärtige Pfingstereignis. Aber seine Worte enthalten gleichzeitig die Fernerfüllung der zukünftigen Geistesausgießung auf Jerusalem in der Endzeit. Kapitel 26.3 Der zeitliche Sprung bis in die letzte Zeit Dann folgt Joel 3. In diesem Kapitel beschäftigt sich Joel nun eindeutig mit der Endzeit. In Vers 15 ist zum dritten Mal von der Verdunklung der Himmelskörper die Rede. Sonne und Mond werden sich verfinstern und die Sterne werden ihren Schein verhalten. Dann versammeln sich, ganz nach Gottes Plan und Absicht, der Antichrist und die Assyrer im Tal Josaphat, um gegen Jerusalem zu kämpfen. Joel 3 Vers 1 Denn siehe in den Tagen und zur selben Zeit, wenn ich das Gefängnis Judas und Jerusalems, also noch nicht Israels, wenden werde, will ich alle Heiden zusammenbringen und will sie in das Tal Josaphat hinabführen. Rufet dies aus unter den Heiden, heiliget einen Streit, erwecket die Starken, lasset herzukommen und hinaufziehen alle Kriegsleute, rottet euch und kommt her, alle Heiden um und um und versammelt euch. Gott wird mit den ungerechten Völkern rechten, weil sie, insbesondere Tyrus und Sidon, die Kinder Judas und die Kinder Jerusalems, also nicht die Kinder Ephraims, denn die sind im Bund mit dem Antichristen, an die Griechen verkauft haben. Hierüber haben wir weiter oben schon nachgedacht. Tyrus und Sidon sind wie Ephraim im Bund mit dem Antichristen. Sie werden diejenigen, die im Land Judah noch vom Dach und vom Feld in ihre Häuser gelaufen sind, um sich Kleider zu holen, fangen und an die Griechen, den Antichristen, denn der ist griechischer Abstammung, verkaufen. Sie verkaufen nur die Kinder Judas und die Kinder Jerusalems, weil die Kinder Ephraims bereits von Gott abgefallen und seit Jahren mit dem Antichristen im Bund sind. Sie verkaufen die Kinder Judas und die Kinder Jerusalems an die Griechen, weil der Antichrist kein Römer, sondern ein Grieche ist. Dann wird Jerusalem während der zweiten Hälfte der Jahrwoche so gottlos sein wie Sodom und Ägypten. Dann ist sie für alles sichtbar, die Hure Babylon. Wenn aber am Ende der 70. Jahrwoche der Antichrist und die Assyrer gegen Jerusalem ziehen, kommt der Herr vom Himmel auf den Ölberg herab, rettet sein Volk, besiegt den Antichristen und den Assyrer und richtet dann sein weltweites Friedensreich auf. So steht in selbst führe du, Herr Niederherr, deine Starken. Das bedeutet, dann kommt Christus und seine Gemeinde vom Himmel herab auf den Ölberg, um Jerusalem zu befreien und sein Reich aufzurichten. Kapitel 26.4 Vier Angriffe auf Jerusalem Oben haben wir gesehen, dass Jerusalem in der 70. Jahrwoche insgesamt viermal angegriffen wird. Bei der ersten Belagerung zu Beginn der 70. Jahrwoche findet die Stadt Jerusalem zur Buße und zur Wiedergeburt und der Belagerer zieht unverrichteter Dinge wieder ab. Das heißt, er bricht nicht in die Stadt. Bei der zweiten Belagerung, 1260 Tage später, in der Mitte der 70. Jahrwoche, bricht der Antichrist in die Stadt Jerusalem ein und tötet die beiden Zeugen. Bei der dritten Belagerung, das ist nach den ersten fünf Monaten der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche, erobert der Antichrist Jerusalem erneut, vertreibt den König des Südens, Gal aus Jerusalem und verwüstet die Stadt Volenz. Das ist in Richter 9 angedeutet, wenn Abimelech Salz auf die Stadt streut. Jerusalem ist ab dem Tag 150 der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche gänzlich unbewohnt. Bei der vierten Belagerung, am Ende der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche, ziehen der Antichrist und die Neo-Assyrer von Hamageddon zum letzten Mal gegen Jerusalem, um die dorthin geflüchteten Israelis, die sich bei der Entrückung zu dem Gott des Himmels bekehrt haben, zu töten. Dann kommt Christus vom Himmel herab, vernichtet den Antichristen auf dem Berg Zion, verwirft den Neo-Assyrer in Hamageddon und richtet sein Reich auf. Von diesen vier Angriffen in Jerusalem sind in Joel nur zwei erwähnt. Die Eroberung Jerusalems durch den Antichristen in der Mitte der 70. Jahrwoche und die letzte große Eroberung Jerusalems am Ende der 70. Jahrwoche, die nach der Sammlung der Heere in Hamageddon und nach der Entrückung erfolgt. Demgegenüber steht eine dreifache Erwähnung der Verdunklung der Himmelskörper. Joel 2, Vers 10, Sonne und Mond werden finster und die Sterne verhalten ihren Schein. Joel 2, Vers 30, die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und Joel 3, Vers 15, Sonne und Mond werden sich verfinstern und die Sterne werden ihren Schein verhalten. Beim Vergleich dieser Verse fallen verschiedene Dinge auf. In Joel 2, Vers 30 werden die Sterne nicht erwähnt. Und in Joel 2, Vers 30 wird der Mond nicht verfinstert, sondern in Blut verwandelt. Die erste und die dritte Erwähnung verdunkelter Himmelskörper sprechen also jeweils vom gleichen Ereignis, während bei dem zweiten Ereignis von etwas anderem die Rede ist. Die Zuordnung der Himmelsereignisse ist somit wie folgt. Bei dem Ereignis des Angriffes und der Eroberung Jerusalems durch den Antichristen und die Tötung der beiden Zeugen werden die Sonne dunkel, der Mond wird zu Blut und die Sterne werden nicht erwähnt. Bei dem Ereignis, wo Gott die Heiden im Tal Josaphat versammelt und der Antichrist und die Assyrer Jerusalem angreifen und die Stadt erobern, wird die Sonne verdunkelt, der Mond wird dunkel und die Sterne werden dunkel. Das bedeutet, dass bei Angriff und Eroberung Jerusalems durch den Antichristen Jerusalem eine finstere und blutige Zeit erlebt, wenn die beiden Zeugen in der Mitte der Jahrwoche getötet werden. Aber wenn Gott alle Nationen im Tal Josaphat versammelt, wird das ganze Land verfinstert, der große und schreckliche Tag des Herrn, der offenbare Tag des Herrn, der Tag des Zorns, ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag. Kapitel 26.5 Joels Verbindung zu Apostelgeschichte 2 Petrus zitiert die ganze Passage in Joel 2 Vers 28 folgende in Verbindung mit der Geistesausgießung zu Pfingsten. In seiner Predigt ist ein Zeitsprung enthalten, wie wir ihn schon kennengelernt haben. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, das heißt zu Pfingsten, spricht Gott, ich will ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen Weiß sagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Ältesten sollen Träume haben, und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in denselben Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen Weiß sagen. Dann kommt der Sprung in die Endzeit, zur zweiten Wiedergeburt, und ich will Wunder tun oben im Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll sich verkehren in Finsternis, und der Mond in Blut, das heißt die beiden Zeugen sterben, ehe denn der große und offenbare Tag des Herrn kommt, das ist Christi Herabkunft vom Himmel auf den Ölberg. Und soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll selig werden. Zu Pfingsten vor 2000 Jahren und in der Endzeit. Diese Worte des Petrus sind also sehr viel tiefer, als man zunächst annehmen sollte. Zunächst galten sie für das Pfingstgeschehen vor 2000 Jahren. Gott goss damals seinen Geist auf alles Fleisch aus, nämlich auf alle Menschen, die damals in Jerusalem zur Wiedergeburt kamen. Das ist die erste Erfüllung der Passage aus Joel 2, Vers 28 folgende. Joel hat in diesen Versen das Pfingstgeschehen in Jerusalem vorhergesagt. Aber Petrus sagt, dass diese Verse in den letzten Tagen geschehen sollen. Das können wir so deuten, dass das ein Hinweis darauf ist, dass in den letzten Tagen, nämlich am Ende der Gemeindezeit, erneut Gottes Geist in Jerusalem ausgegossen wird. Dann werden die beiden Zeugen, das Haus David und die Bürger Jerusalems, genauso zur Wiedergeburt kommen, wie dies zu Pfingsten vor 2000 Jahren auch schon geschah. Allerdings mit dem kleinen Unterschied, dass Jerusalem dann belagert wird, was zu Pfingsten, nämlich am Anfang der Gemeindezeit, nicht der Fall war. Petrus ändert also Joel nicht unzulässig ab, wenn er in Apostelschichte 2 in den letzten Tagen sagt, statt danach, wie Joel formuliert. Petrus erklärt mit dem Propheten Joel die damals gegenwärtige Situation und erweitert die Prophetie Joels durch Gottes Geist geleitet bis in die Endzeit, weil beide Ereignisse aufs engste zusammengehören. Petrus sagt weiter, dass sich die Sonne in Finsternis und der Mond in Blut verkehren werden, ehe denn der große und offenbare Tag des Herrn kommt. Der große und offenbare Tag des Herrn ist der Tag, an dem der Antichrist und der Assyrer zum letzten Mal nach Jerusalem hinaufziehen und die Stadt verwüsten und schlussendlich dann Christus vom Himmel auf den Ölberg herabkommt. Bevor aber dieser Tag kommt, soll sich die Sonne verfinstern und der Mond in Blut verwandelt werden. Mehr noch, Gott will Zeichen auf der Erde tun, Blut, Feuer und Rauchdampf. Blut, Feuer und Rauchdampf bedeuten aber eine kriegerische Auseinandersetzung auf Erden. Es ist der Krieg, den der Antichrist gegen und in Jerusalem führt, wenn er in der Mitte der 70. Jahrwoche die dort wiedergeborene Gemeinde, nämlich das Haus David und die Bürger Jerusalems tötet. Die irdische Beschreibung, Zeichen unten auf der Erde, dieses Kampfes um Jerusalem, ist im Text durch die Worte Blut, Feuer und Rauchdampf beschrieben. Die himmlische Beschreibung, Wunder im Himmel, ist die, dass die Sonne verfinstert und der Mond zu Blut werden, denn das Blut der beiden Zeugen wird in Jerusalem durch den Antichristen vergossen. Dieser Frevel ist annähernd, so schrecklich wie die Kreuzigung Christi auf Golgatha, so dass sich auch hier die Sonne verfinstert. Damit würde Joel 2, Vers 30 folgende in der Mitte der 70. Jahrwoche mit dem Tod der beiden Zeugen erfüllt werden. So erschließt sich langsam der hochkomplexe Inhalt der Aussagen des Propheten Joel und der Worte des Apostels Petrus in Apostelschichte 2. Die Prophetien dieser beiden Männer sind äußerst anspruchsvoll.